So, das war blöd. Wäre ich da noch mal runtergefallen. Gut, da noch Erfahrung. 25 von 35 und 11 von 20. Dieser Tritt ist so lächerlich im Vergleich zu meinem flammenden Schwert. Ich meine, es ist ein Schwert und es hat Flammen und es ist ein Schwert und kein Stiefel. Autsch. Wie in so einem Comic, wo die sich den Hintern verbrennen, wo sie erstmal wieder in die Luft fliegen. Genauso sah das aus. Gut, dann gehen wir mal auf. Kochstation, denn, wie nicht anders zu erwarten war, gibt es hier unten Erfahrung drin. Direkt von meiner Nase verschoben. Nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber es ist schätzt und schätzt sogar mir. Kein Secret da in der Wand. Ja, ein und zwei Secrets bislang. Gut, wie komme ich dort am besten rüber? Interessant. Mir egal, solange es halbwegs dort in der Stelle bleibt. Das reicht nicht. Also machen wir als allererstes noch eine Platte da drüber. Und gehen wir zu ihr, weil sie immer agiler für mich wirkt. Und schon der nächstes Waypoint. Das ging schnell. Da unten kannst du ein bisschen wenig machen, oder? Kumpel? Hartes Leben. Wow, shit. Ich wollte nicht hier runterfliegen. Denn ich will wissen, was dahinter ist. Also ziehen wir dich raus. Und wir ziehen dich raus. Und wir machen uns eine Planke. Das war alles. Scheint so. Vorne sehe ich noch. Da muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich da drankomme. Ich will zu ihm wechseln. Gut. Hm. Das reicht nicht ganz, aber das kriegen wir hin. Ja, die ging da durch. Hm, so scheinbar nicht. Also. Do it the hard way. Nein, nein. Die Kamera. Nicht weitergehen. Weil da vorne erst noch ein Save-Punkt ist. Wir sind noch nicht am Ende. Ich will nicht, dass hier ein Gatter zugeht. Und ich plötzlich nicht mehr hinkomme. Gut, das reicht sogar schon. Wunderbar. Nein, da ist auch nichts. Hm. Schöne Hintergründe mal wieder. Wie gesagt, das Spiel ist so wunderschön. Also das gefällt mir richtig, der Artstyle. Da sollte ich vielleicht nicht allzu lange drin baden. Ich glaube nicht, dass es ihrer Haut gut tut. Damn, nack. So. Das war knapp. Das. Ich sollte so genaue Sprüngen jetzt eigentlich drauf haben durch Super Meat Boy. Nein. Wieso rede ich von Super Meat Boy? I wanna be the guy. In der Luft. So. Sonst ist da nichts drin. Erstmal die Gegner platt machen. Dann kann man sich über den Gast Gedanken machen. Na, das ist schon wieder so ein Mini-Teil. Naja, das wird reichen. So. Nö, ich glaube nach rechts ist da nichts. Ah, links. Oh, oh. Hätte ich einen Streffer abbekommen, ich wäre sowas von tot gewesen, weil ja, ich keinen Kämpfer dann mehr gehabt hätte. Oh, gut, 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 gut. Ähm. Ja. Ach, shit. Ah, von hier habe ich eine gute Kameraposition. Bingo. Wo sind wir? 32 von 35, 18 von 20 bei Enemies. Das heißt, wir sind noch kurz vorm Ende. Ah, nehmen wir wieder meine geliebte Diebin. Na, da oben will ich drauf. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das einfach nur so zum Spaß war. Gut, das sollte alle Monster-Erfahrungen gewesen sein. Ja, hoch hier. Hier soll trotzdem noch spawnen. Oh, und da oben nochmal zwei. Naja. Diese Tritte sind lächerlich, habe ich das schon mal gesagt? Betroffen, betroffen. Steht immer noch. Wo? Da habe ich noch eine Truhe gesehen. Da. Da. Ach, da vorne steht immer noch einer. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich will nur unliebsame Überraschungen vermeiden. Ich kann mich leider nicht bewegen gerade. Also während ich das mache. So, noch ein Stück außerhalb des Bildschirms. Und jetzt heißt es wieder mit ihr lustige Schleuderexperimente. Nicht ganz, dass ich es verhofft habe. Aber ich will da hoch. Nein! So knapp. So knapp. So knapp. So knapp. So knapp. Oh shit. Es gibt ja noch eine Alternative. Ich baue einen Turm. Ich baue einen Turm. Ich baue, baue, baue einen Turm. Und ich hoffe, dass der nicht umfällt. Ich hoffe, dass der nicht umfällt. Ich hoffe, hoffe, dass der nicht umfällt. Red Masterstone. Das hört sich doch mal richtig gut an. Zwei von zwei Secrets und ein Erfahrung fehlt mir. Ich hoffe, die finde ich noch. Also, ich hoffe, sie liegt noch vor mir. Offen ist bei Master Wizards. Increase the maximum number of planks by one. Increase the maximum health by ten. Es geht zum Krieger, weil ich kann vier Planken machen. Mit vier Planken komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Fünf brauche ich jetzt gerade nicht so unbedingt. Ja, das ist eigentlich auch schon der Grund. Ach ja, stimmt. Basic Arrows kann ich damit sogar ja verbessern. Ein weiterer Grund nicht Flammenteile zu machen. Ich habe sie aber auch gut ausgestattet. Ne, und selbst wenn ich irgendwann mal was bekäme, wo ich das eine zusätzliche Planke bräuchte, könnte ich es ja immer noch rüberbringen. Von daher nehme ich lieber die 10 Helds für meinen Krieger. Das sollte eigentlich genug sein, um da so drauf zu springen. Das sollte hierfür genug sein. Das sollte hier nicht... Links noch... Wo ist... Jetzt müssen wir kurz was backtracken. Das hatte ich, glaube ich, oder? Ja, klar. Ich dachte, irgendwo hätte ich noch... Erfahrung gesehen. Ich habe seit dem Tutorial kein mehr mehr 100% erreicht. Es wäre cool, wenn ich das diesmal schaffen würde. So ein Scheiß. Ja, sehe hier aber auch nichts und... Muss ich wohl damit leben. Scheiße. Das sieht hier einfach nur so aus, wie als wäre jetzt das Ende. Ja. Ja. Entschuldigung! Es ist hier nicht! Nein, nur ein Garten auf dem Rest. Warte. Kannst du das hören? Kannst du das? Kannst du das? Kannst du das Garten... ... die Licht, die Licht, als die Sonne, schweigst du uns? Das Bild von dem, was passiert ist, vor ihren Augen. Gut, die Heartland Mines gibt es beim nächsten Mal. Macht's gut!